Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Mittwochausgabe bei Change einfach machen. Ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder mit dabei seid und wir haben heute ein Thema aus dem Dunstkreis Arbeitswelt und Karriere. Es geht nämlich um genau zu sein, um die Fragestellung, wo finde ich eigentlich die richtigen Mitarbeiter, wo finde ich die besten Mitarbeiter für mein Unternehmen. Wenn du jetzt denkst, naja, ich bin ja nicht in der Personalerrolle oder im Management, ich suche keine Führungskräfte, ich suche auch keine Mitarbeiter, das ist kein relevantes Thema für mich, ich schalte jetzt mal ab, dann hold. Zu wissen, welche Kanäle es für die Unternehmen gibt, um Mitarbeiter zu finden, ist für dich als Mitarbeiter mindestens genauso wichtig. Denn diese Kanäle sind alles Touchpoints für dich, um mit einem möglichen neuen Arbeitgeber in Kontakt zu kommen. Jetzt wird das Thema Mitarbeitergewinnung natürlich nicht erst seit gestern in den Unternehmen betrieben, sondern es ist ein Thema, das seit eh und je im unternehmerischen Kontext von hoher Relevanz ist. Nichtsdestotrotz ist es gerade heute zu einem strategisch äußerst relevanten Punkt geworden, denn mit den richtigen Mitarbeitern sind Wachstum und im schlimmsten Fall sogar die eigene Existenz des Unternehmens verknüpft. Wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, dann muss es auch ein langfristig erfolgreiches Recruiting implementieren und dafür braucht es die passenden Suchkanäle. Was genau ist aber eigentlich ein Recruiting-Kanal? Ein Recruiting-Kanal ist der Weg, über den Unternehmen neue Mitarbeiter finden. Das war vor vielen, vielen Jahren alles relativ einfach. Da wurde eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, idealerweise mittwochs oder am Wochenende und darüber trudelten dann mehr oder weniger viele Bewerbungen bei den Unternehmen ein. So einfach wie das vor 30 Jahren war, so einfach ist es heute eben gerade nicht mehr. Digitalisierung und Fachkräftemangel, die haben eben zu mannigfaltigen Veränderungen geführt. Vor allem die Digitalisierung hat dazu geführt, dass es mittlerweile wirklich zahlreiche Kanäle gibt. Und zwar sowohl online als auch offline. Und gerade weil es so viele Kanäle und so viele Möglichkeiten gibt, stehen Unternehmen hier vor der Herausforderung, die besten Maßnahmen auszuwählen, neue Maßnahmen zu kreieren, was auch nicht ganz einfach ist, aber alles Mögliche in die Wege zu leiten, um potenzielle Bewerber anzuziehen und zu begeistern. Und ich kenne nicht wenige Mitarbeiter im Personalbereich, die mit Blick auf die Fülle von Alternativen wirklich zum Teil ratlos vor ihren Möglichkeiten stehen. Was dann passiert, ist oftmals dieses klassische Die-Maus-vor-der-Schlange-Syndrom. Schockstarre und dann wird doch wieder die Entscheidung für die klassische Stellenanzeige getroffen. Das Ganze nennt man dann auch Post and Pray, also posten und beten und abwarten und hoffen, dass eventuell doch etwas Gutes dabei rumkommt. Was dabei allerdings übersehen wird, ist, dass sich in den großen, bekannten Jobbörsen vor allem die aktiv suchenden Bewerber tummeln. Jetzt haben wir zwar Corona und es werden, ja, es werden Mitarbeiter entlassen, aber in den Positionen, wo es bereits vor Corona schwierig war, das heißt in Fachpositionen, in Spezialistenpositionen, aber auch bei manchen Führungsrollen, da ist es nach wie vor schwierig, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Deswegen reicht es auch nicht mehr auszusagen. Ich poste einfach eine Anzeige in einem der großen, bekannten Börsen und dann werde ich schon genügend Bewerber bekommen. Welche Recruiting-Kanäle gibt es nun? Nun, das eine ist sicherlich der gesamte Komplex-Recruiting-Kanal Digitale Welt. Und dieser Kanal Digitale Welt wird permanent größer. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Digitale Welt sowohl für Employer-Branding-Maßnahmen als auch natürlich für die Schaltung von Stellenanzeigen hochrelevant ist. Das Allerwichtigste ist zunächst einmal die Karriereseite eines Unternehmens. Denn die Erfahrung zeigt, gerade bei uns in Deutschland, egal über welchen Weg ein Bewerber auf ein Unternehmen aufmerksam wird, die Bewerber gehen immer auf die Karriereseite. Ob sie nun über irgendein Jobportal gekommen sind, ob sie über das Arbeitsamt oder einen Headhunter auf das Unternehmen aufmerksam wurden, das spielt keine Rolle. Die Menschen gehen immer auf die Unternehmensseite und dann auf die Karriereseite und schauen sich an, was dort steht. Beziehungsweise was dort nicht steht. Deswegen ist die Karriereseite als Eintrittskanal so unglaublich wichtig. Dort sollte möglichst früh schon die sogenannte Candidate Experience, die Vertriebsleute werden das aus dem Vertrieb kennen, also die Erlebnisreise des Bewerbers, die sollte möglichst früh positiv aufgeladen werden. Du kannst dir vorstellen, wenn du das erste Mal auf einer Webseite gehst und da steht einfach nichts, was für dich wichtig ist, nichts, was für dich als Bewerber relevant ist, dann agierst du ganz anders, als wenn du auf einer Webseite bist, wo Themen wie Auszeichnungen, Weiterbildungen, Mitarbeiterbenefits, Imagefilme, Bilder von der Kantine, konkrete Lehrgänge und vieles, vieles mehr, wenn das alles dort aufgeführt ist. Heißt andersherum, die unternehmenseigene Webseite ist der allererste Ankerpunkt für das Personalmarketing. Wichtig hierbei, der eigene Auftritt muss immer für mobile Endgeräte optimiert sein. Also bitte nicht nur am Rechner sitzen und mal gucken, wie das am Rechner wirkt, nein, auch das Handy rausholen und schauen, wie sieht das Ganze denn auf dem mobilen Endgerät aus. Eine große Gruppe, die in die digitale Welt gehört, sind Jobportale und Suchmaschinen. Dazu gehören so allgemeine Jobbörsen, da gehören Branchen- und fachspezifische Internetstellenbörsen dazu, da gehören auch Newsletter von Fachzeitschriften und Fachportalen, Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, da gehören Business-Netzwerke dazu wie LinkedIn und Xing, spezielle Job-Apps. Die Bandbreite ist hier wirklich riesengroß. Und die entscheidende Frage, die du dir als Unternehmen stellen musst, ist, wer von den bei uns gesuchten Mitarbeitern befindet sich eigentlich wo? Das schönste Unternehmensprofil in LinkedIn nutzt dir nichts, wenn die Menschen, die du suchst, dort gar nicht sind. Und die tollsten Posts in Facebook oder Instagram bringen dich nicht weiter, wenn deine Zielgruppe sich dort nicht aufhält. Deshalb ist es so wichtig, im Vorfeld zu schauen, wen du genau suchst. Und es gibt Portale wirklich für alles. Es gibt für IT-Mitarbeiter gibt es spezielle Portale. Es gibt für die Personaler gibt es Portale. Für die Marketingleute gibt es Portale. Für Vertriebler. Es gibt für alles gibt es Fachportale. Es gibt Portale für Führungskräfte. Es gibt auch Portale, die auf der anderen Seite die Zielunternehmen ansprechen. Also Portale zum Beispiel für die Chemiebranche oder für Familienunternehmen. Und so weiter und so weiter. Und für dich als Unternehmen ist es deshalb wichtig, genau zu verstehen, wen du eigentlich suchst und welches Portal, welches Netzwerk, welcher Social-Media-Kanal wirklich zu dir passt. Ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, stelle ich euch kurz den Sponsor der heutigen Episode vor. Das digitale Karriereportal Hidden Candidates. Aus meiner eigenen Vergangenheit als Personalerin und auch als Personalberaterin weiß ich sehr genau, vor welchen großen Herausforderungen ihr alle derzeit steht. In dieser Episode geht es gerade um das Thema Suchkanäle und wo finde ich eigentlich die besten Bewerber für mein Unternehmen. Wenn du ein Entscheider in einem Familienunternehmen bist und du suchst eine Führungskraft oder mehrere, die wirklich viel bewegt und die von der Kultur her zu dir passt, dann ist Hidden Candidates genau der richtige Kanal für dich. Das Portal verbindet die analoge und die digitale Welt und es schlägt dir genau die Führungskräfte vor, die von ihren persönlichen Werten her zur Kultur deines Unternehmens passen. Also, nichts wie ran und sofort anmelden bei hiddencandidates.com. Zurück zur Episode. Das Thema Mobile Recruiting, ich habe es schon angedeutet, ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal, auf den ihr unbedingt euer Augenmerk legen solltet. Hier werden in den nächsten Jahren ganz viele neue Dinge hinzukommen, Apps, über die Kandidaten direkt angesprochen werden können und dann auch im Bewerber konvertiert werden können. Die Entwicklung geht hier so rasant, dass ich euch da wirklich nur empfehlen kann, bleibt von eurem Wissen und von eurem Kenntnisstand her unbedingt hier am Ball. Du merkst also schon, die digitale Welt ist unglaublich umfangreich, was du dort alles für Möglichkeiten hast. Und wenn du jetzt sagst, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel, dann kann ich dir nur sagen, nein, es darf dir nicht zu viel sein. Fang einfach mal an einer Stelle an und probiere eine Sache aus. Überlege dir genau, wer deine Zielgruppe ist, wen du suchst, wo es wirklich brennt und dann such dir Portale, such dir Netzwerke und dort fängst du an, das Ganze auszutesten. Und dann wirst du auch feststellen, was für dich funktioniert und was nicht funktioniert. Die Strategie, ich mache es weiter so wie bisher und hoffe, die funktioniert einfach nicht. Wenn du mit dem, was du tust, in neuen Umfeldern und nischig unterwegs bist, dann ist die Chance, dass du Treffer landest, auch relativ hoch. Denn dort bist du nicht dem großen Wettbewerb ausgesetzt, den du zum Beispiel in den großen Plattformen gegenüberstehst. Was auch in die digitale Welt gehört, ist das Thema Active Sourcing Digital. Also gerade große Unternehmen, die verfügen mittlerweile über eigene Active Sourcing Abteilungen. Und diese Abteilungen gehen dann hin und suchen ihre Zielgruppen und sprechen auch passgenau an. Das ist natürlich ein ausgezeichneter Recruitingweg. Andererseits muss jedes Unternehmen hier auch darauf achten, dass keine Massenware verschickt wird, um das mal so zu formulieren. Also Copy, Paste und dann einfach rausschicken. Das funktioniert mittlerweile nämlich auch nicht mehr. Die Bewerber achten schon darauf, ob eine Ansprache wirklich auf sie zugeschnitten ist und wirklich auch zu ihnen passt. Denn im schlimmsten Fall gibt es einfach gar keine Antwort. Diese Ansprachen gibt es mittlerweile auch automatisiert. Die Business-Netzwerke bieten das an. Dabei werden dann Kandidaten anhand von Schlagworten identifiziert. Aber hier muss wirklich genau auf die saubere Definition der Suchparameter geachtet werden. Denn sonst macht man sich im schlimmsten Fall einfach nur lächerlich. Bestes Beispiel dafür war die digital automatisierte Ansprache des Daimler-Chefs durch BMW. Was ihr auch nicht vernachlässigen solltet, das sind die Bewertungsportale. Also Portale, in denen ihr eine Bewertung als Arbeitgeber bekommt. Das bekannteste Portal ist sicherlich Kununu. Potenzielle Bewerber sehen nämlich sehr wohl, welche Informationen dort stehen. Ja, und wie das so ist im richtigen Leben? Meistens stehen immer nur die Informationen da, die sagen, dass ein Unternehmen eben nicht so toll ist. Weil diejenigen, die sich wohlfühlen, die sehen gar keine Notwendigkeit, eine Bewertung abzugeben. Deswegen ein dickes Auge da auf die Bewertungsportale legen und mal schauen, was dort über euch geschrieben steht. Der andere Kanal, der dann zum digitalen Kanal korrespondiert, das ist die analoge, die reale Welt. Ich habe vorhin in der digitalen Welt das Thema Active Sourcing genannt. Und das gibt es de facto auch in der realen Welt. Das heißt, die persönliche Kontaktaufnahme ist quasi auch eine Art des Active Sourcing. Zum Beispiel auf Messen oder Veranstaltungen. Das ist zwar jetzt im Moment in der Corona-Zeit ein wenig eingeschränkt. Ich bin mir aber sicher, dass Messen und Veranstaltungen hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder stattfinden werden. Also wo immer man sich real im echten Leben kennt und ein echtes Netzwerk hat oder aufeinandertrifft und gezielt miteinander über diese Dinge spricht, da kann man im Grunde über Active Sourcing in der Realform sprechen. Was nicht mehr so ganz von Bedeutung ist, das sind die Printmedien. Natürlich gibt es immer noch Anzeigen in den Zeitungen, auch in den Wochenendausgaben. Aber ich glaube, es trifft schon zu, hier zu sagen, das hat nur noch rudimentär Bedeutung. Es gibt aber noch andere Formen des realen Recruitings und die nehmen mehr und mehr zu. Das sind dann zum Beispiel Firmenwagen, die mit einer Aufforderung zur Bewerbung bedruckt sind. Oder Brötchentüten, auf denen eine solche Aufforderung steht. Oder gesponserte Pappbächer an Universitäten, an Bauzäunen, bedruckte Busse, Straßen, Litfaßsäulen, T-Shirts und vieles mehr. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Und diese Anzeigen in der realen Welt funktionieren deshalb gut, weil sie noch nicht so häufig sind. Sie sind eher außergewöhnlich. Hier geht es wirklich darum, über attraktive Anzeigen, über eine attraktive Marke auch sichtbar zu werden. Gerade wenn du regional suchst, kannst du durch Anzeigen an außergewöhnlichen Stellen Aufmerksamkeit bekommen. Zum Beispiel die Banden im regionalen Fußballstadion. Oder wie es eine österreichische Bäckerei gemacht hat, durch einen Pop-up-Bewerbungsstand am Hauptbahnhof, um durch solche Maßnahmen sichtbar zu werden. Gerade weil die Möglichkeiten in der digitalen Welt so zahlreich geworden sind, gerade deshalb gewinnen auch die realen Maßnahmen immer mehr an Bedeutung. Ein weiterer großer Kanal ist der indirekte Kanal, so nenne ich ihn. Indirekte Recruiting-Kanäle bedeuten, dass dort dritte Parteien in die Personalsuche einbezogen sind. Die beiden wichtigsten davon sind auf der einen Seite die Personalberatungen, Personaldienstleister, Zeitarbeitsunternehmen und auf der anderen Seite die eigenen Mitarbeiter. Mitarbeiter, Werben-Mitarbeiter ist bei vielen Unternehmen immer noch der wichtigste Recruiting-Kanal. Und das ist auch gut so. Denn die eigenen Mitarbeiter sind der beste Botschafter, sofern es ein gutes Unternehmen ist. Wenn das Konzept Mitarbeiter, Werben-Mitarbeiter bei dir nicht funktioniert, dann prüfe einmal, erstens, sind deine Mitarbeiter wirklich darüber informiert? Wenn du jetzt Mitarbeiter bist und denkst, bei uns gibt es das gar nicht, dann frag doch mal bei dir in der Personalabteilung nach. Denn die zweite Frage, die dann dahinter kommt, gesetzt im Fall, die Mitarbeiter sind informiert, ist der Anreiz, das auch zu tun, wirklich attraktiv? Und die dritte Frage ist dann, sind die eigenen Mitarbeiter von dir als Arbeitgeber überzeugt? Aus meinen Erfahrungen der vielen, vielen letzten Jahre, und ja, es sind viele Jahre, kann ich sagen, dass diese drei Punkte die Schlüsselerfolgsfaktoren für das Konzept Mitarbeiter, Werben-Mitarbeiter sind. Was bislang irgendwie kaum erschlossen ist, ist der Kanal Kunden-Werben-Mitarbeiter. Denn neben Mitarbeitern sind eigentlich auch glückliche Kunden, die besten Botschafter für dich als Unternehmen. Das ist ein Kanal, der es definitiv gilt, einmal zu prüfen. Wenn du jetzt anhand dieser Fülle sagst, naja, ich habe diese ganzen digitalen und die realen und die indirekten, wie wähle ich denn jetzt den passenden Recruiting-Kanal aus? Das hängt maßgeblich vom medialen und realen Verhalten deiner gesuchten Zielgruppe ab. Social-Media-Recruiting, Business-Plattformen, Karriereportale, sie alle sind nur bei bestimmten Job-Profilen erfolgreich. Deshalb musst du als suchendes Unternehmen wirklich sehr genau verstehen, wo sich deine potenziellen Kandidaten aufhalten, was sie begeistert und wodurch sie auch angezogen werden. Fazit. Eine langfristig erfolgreiche Strategie zur Personalbeschaffung beinhaltet immer einen Mix aus all diesen Kanälen, also einen Mix aus externen Recruiting-Maßnahmen, aus internen Recruiting-Maßnahmen, aus Online und aus Offline. Wenn du dich umschaust, dann wirst du feststellen, dass Unternehmen, die ihre offenen Stellen erfolgreich besetzen, wirklich die gesamte Klaviatur bespielen. Sie nutzen die sozialen Netzwerke genauso wie Online-Jobbörsen und Talent-Pools. Aber sie nutzen eben nicht jedes für alles. Die Netzwerke, die Jobbörsen und die Portale und die Talent-Pools werden je nach gesuchter Zielgruppe bespielt. Zusätzlich setzen sie auf eine starke Arbeitgebermarke, auf kommunizierbare Werte, auf kontinuierliches Wissen und Wissensaufbau bei den Personalabteilungen und auf einen wirklich auf den Kandidaten zugeschnittenen Rekrutierungsprozess. Welchen Kanal auch immer du wählst, vergiss bitte nie, dass sich potenzielle Kandidaten nicht dauerhaft durch ein leuchtendes Personalmarketing blenden lassen. Wenn du also im Personalmarketing bestimmte Werte oder eine bestimmte Kultur in deinem Unternehmen kommunizierst und du hältst diese Kultur und diese versprochene Arbeitgebermarke in der Realität nicht, dann spricht sich das ganz schnell herum. Die tollsten Kanäle, die tollsten Personalberater, die du dir aussuchst, werden ins Leere laufen, wenn das, was du in Hochglanzfolien versprichst, nicht mit dem übereinstimmt, was die Menschen nachher vorfinden. Dafür ist unsere Welt mittlerweile zu transparent und zu offen geworden, denn das schlägt sich sofort in den Bewertungsportalen nieder. Deswegen überlege dir, welche Menschen du suchst, überlege, welche Kultur sie bei dir im Unternehmen vorfinden und wie sich die Menschen verhalten in ihrem medialen und sozialen Verhalten und dann wähl dir die richtigen Kanäle aus. Dann klappt das nämlich auch mit den Bewerbern. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch ganz einfach drei Dinge. Erstens, teile die Folge mit Menschen, die dir wichtig sind. Zweitens, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Und drittens, hinterlass mir gerne eine, am liebsten, Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und eine Rezension. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer Untertitelung des ZDF für funk, 2017